Ja und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Hypixel Skyblock. Ich habe hier auf dem Weg zum Desert noch ein paar Dinge hier freigeschaltet und zwar die Potato und die Carrot Dinge hier. Koka Beans habe ich auch gerade gemacht und ich habe gerade den Koka Bean Minion unlocked. Ich habe auf dem Weg ein bisschen mitgenommen, was da so war. Und ja, wir haben ja jetzt Telekinesis auf dem Schwert. Das habe ich erst jetzt gecheckt, dass das alles, was ich abbaue, kommt in mein Inventar und es liegt nicht mehr rum. Das heißt, ich kann so einfache Sachen wie Kakaobohnen schnell mit dem Schwert abbauen und die landen einfach in meinem Inventar. Das ist sehr nice, sehr, sehr nice. Deswegen kann mir das keiner klauen. Ein Loot. Hier sind auch noch mehr viele. Ich weiß nicht, wie viele ich brauche, aber keine Ahnung. Wir wollten ja zum Desert. Ach, wir sind im Desert Prime, ne? Das müsste das Desert Prime sein, ne? Gucken wir mal hier auf unser schönen Ding. Kraft und Weed Minion, das müssen wir noch machen. Gold Mine. Collect Sugar Cane, Kokabeet und Cactus. Aha. Jo. Schallplatte. Danke. Danke für die Schallplatte. Nice. Das war eigentlich, hier liegt dann immer der Loot rum. Das will ich nicht. So. Alter. Haben wir jetzt genug, äh. Wir brauchen noch ein Stack, wahrscheinlich. So, jetzt haben wir das Deck. Jo. Äh, ja, keine Ahnung. Wir brauchen noch ein Stack. Äh, Alter. Kapitel, genau. Wir wollen ja gerade kurz, äh, husten. Mal wieder. Okay. 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 Oh, so. Nein, nein. Achtung. Oh, ja, der kann sich teleportieren, oder was? Kann ich nicht. Ich brauche Kakteen. Da ist Kakteen. Nein. 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 Ich brauche doch nur ein paar Kakteen. Jetzt lass mich die doch machen. Alter, du. Du raffst in den Kopf. Lass mich doch eine Kakteen-Wesens abbauen. Lass mich doch eine Kakteen. Danke. Schwierig. Jetzt fängt ich sogar vor. Meins. Nein. Oh, da sind Kakteen nachgespaut. Da sind Kakteen nachgespaut. Oh, meine. Yeah. Okay. Äh, genug ausgerastet. Aber wir haben keinen Platz mehr mit da. Wow. Ich weiß, weil die zwei, drei Seeds hier weg. So, erstmal hier hoch. Da scheint mir noch wahrscheinlich irgendwas Geheims später zu sein. Was ist hier oben überhaupt? Ah, okay, Pilze. Was ist da? Muss man mehr von diesen... Ah, hier ist ein Jump'n'Ride-Connel. Äh, und was ist jetzt hier oben? Muss man hier vielleicht irgendwie rein? Äh, 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 wow. Toll. Jetzt bin ich hier oben und ich weiß nicht, was machen soll. Questlog. Talk to the Lazy Miner, Weed Minion, Explosive Hub, Travel to the Gold Mine. Yeah. Reach Mine Level 5. Wo sind wir überhaupt mit dem Mining Level? Mining. Ah, hier ist das. Mining Collect. Uh. Ah, hier. Wie war das? Ist das nicht, oder? Skill. Ja, Mining. Uh, ist zwei. Hoch. Uh. Ja, das dauert noch ein bisschen. Vielleicht mach ich das Offscreen, äh, dieses Mining. Äh, ja gut, Mining. Read Minion, das können wir machen. Lazy Miner, ich weiß, denk mal, dass der bei der Gold Mine ist. Die ich... Ich aber nicht weiß, wo sie ist. Ah, aber hier ist irgendwas. Ein Haus. Mit Bugs. Ah, ich hasse das, das ist ein bisschen komisch. Vielleicht ist das wegen der 1,14. Ich dachte gleich, das wird Treibsand. Aber wo kriegt man, äh... Wo kommt man zur Gold... Ah, vielleicht hier drin? Ist hier irgendwas? Nö. Okay. Äh, dann travelen wir zum Hub. Oder zu unserer Insel. Und dann zu unserem Hub, weil wir haben ja... Ach, hier stimmt ja, ist ja auch im Raum. Ach, cool. Der farbt auch, äh... Trotzdem permanent, wenn ich online bin. Ja, irgendwie funktioniert das nicht mit der Kiste hier, ne? Äh, ist die... Wow. Ah, nee, hier. Keine Ahnung. Musik des. Ja, das ist was, ähm... Spezielles tun wir mal hier ran. Wolle. Grünzeug. Hier. Ja, essen auch. Weedmen können wir uns eigentlich auch craften, ne? Samen. Ja, packen wir hier rein. Äh, wir können Weedwin Minion Craften. Weedmen können. Recipe. Äh, Farming. Farming Talisman. Aha. Okay, cool, link. Bauen wir uns. Äh, so. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Äh, jetzt. Zack, 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 zack. Und zack. Farming. Yeah, wir haben einen Talisman. Äh, wo rüsten wir denn aus? Accessory. Äh, wo, wo, wo tun wir das hin? Äh. Hier vielleicht? Nee. Crafting Table, questlog, abkomming ist. Standlog Profile. Recipe collection your skills, trades. Aha. Ah, ich kann jetzt hier mehr Sachen kaufen. Ach so, okay. Ja, lol. Okay, ja, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich nur gucken, wo ich diese, äh. Äh. Ich tu den mal hier rein. Wohl, warte, das muss der eigentlich irgendwo. Settings. Äh. Äh, nein, das ist das nicht. Profile Management. Energies, upcoming event, oh god, nein. Wo kann ich das denn machen? Recipe book, trades, collection, your skills. My high school. Ja, okay. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was wir damit machen sollen. Ja. Momentan ist man. Okay, wir lassen den Tag. Keine Ahnung, was wir damit machen können. Äh, machen kann man nicht da rein. Äh, recipes. Wir wollten eigentlich den Minion bauen. Weed Minion. Den ersten. Und dafür brauchen wir den Weed und einfach eine Hole. Okay. Das reicht schon. Und dann brauchen wir eine Hole. Eine Holz-Hoe. Oder besser gesagt, Wooden-Hoe. So. So. Und zack. Äh, die dann in der Mitte und hier dann so und so. Zack. Yeah. Können wir die schon upgraden? Haben wir das genug? Äh. Ne, haben wir nicht. Ah, doch, haben wir. Yo, haben wir. Äh, so. Ja, so. Weed Minion 2. Perfekt. Ganz kurzer Huster. Man kennt es. Äh, wir tun das weiter zurück. Perfekt. Ja, mein Weed Minion 2. Aber, wir können nicht craften. Äh, das war die Objective, ne? Craft, äh. Yo, der ist weg. Der ist weg. Lazy Miner. Das wird bei dem Gold Mine sein. Dann würde ich mal sagen, gehen wir zu Gold Mine. Marshmallow. Okay, das bringen wir jetzt hier nicht sehr viel. Das bringen wir jetzt nicht viel. Okay, wir können. Eigentlich dann. Los. So. Inventail ist dann leer. Ich muss unbedingt mal diese, 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 ähm, Angel da bauen, ey. Ich will die haben. Kann die vielleicht hier drin kaufen? Äh, Auction. Auction Browser. So, und jetzt hier, äh, Search. Und zwar, ähm, wie heißt der Grab? Grappling. Oh, ich gebe einfach Grab ein. Dann. Nichts. Tools and Misk. Ah, hier, ein Grapplinghook. Okay. Zwei, oh, dann fachsend sich. Was? WTF? Was ist das so teuer? Äh. Ich geh mal einfach auf die letzte Seite. So. Der kostet 10 Coins, äh, 33 Minuten, 132 Coins. Okay. Fünf Stunden, zehn Stunden, eine Stunde. 60 Stunden, drei, 30 Minuten. 12,50. Da spielt auf den hier mit. 12,50. But, you need to bid at least 12 Coins. To, uh, to top bid on auction and wins the item. If you don't or not win, you can claim your BitCoin's bid. Ah. Aha. Mit 12 Coins, ne? Ja. Die 12 Coins habe ich jetzt hier gebittet. Und dann machen wir hier noch, äh, Bits, können wir auch machen, für 152. Mal gucken, was wir bekommen. Den hier. Oder den hier. Aber man kann ja auf einen gleichzeitig setzen. Ne. Hä? Und die sind schon hochgerutscht. Keine Ahnung. Submit. There was an error. Your Bitcoins have been refounded. Hä? Achso, der ist schon teurer. Der ist jetzt bei 18 Coins. Ja, hopp. 21 Coins. Ach, komm, Alter. Okay. So, Fitts. Ach, komm, Alter. Ey, der geht immer höher, ne? Arsch. Ja. Ja, oh, er hat direkt 500 geboten. Aber der hier, der hat 152. Vielleicht kriegen wir den, ja. Ja, will ich eh nicht. Ich will den 252 vielleicht. Aber egal. Ähm, wir wollten zu, ne, nicht hier hin. Wir wollten zu Goldmine. Oh, warte mal. Hi. Alter, wat habt ihr denn? mal ganz kurz hier wieder mal ausrasten ich will auch den unbedingt grappling hook haben 152 kreuz wäre natürlich nice dauert nur 30 minuten bis der also bis der fertig ist wo geht es denn zu goldmine ich kann die karte leider nicht sehen jetzt da ist die goldmann stimmt hier ist die kohle und dann geht es später weiter zum goldmine an die die kürze ort die allein da vielleicht dass da die vielleicht die grappling hook den brauche ich was diese angel mit denen sich die ganze zeit hier ist das schein goldmine zu sein hier waren wir mal gold forager das was trimmst du mich ein fancy sword mit first strike scavenger sharpness und empirism golden das ist der lazy miner okay now den woops i lost my goat but pickaxe find the lazy miner's pickaxe okay der janitor of this man you will not believe how many people leaving it and stone behind them it drives me insane everyone should be using telekinesis you see what i can apply telekinesis of any of your items telekinesis by every item for 100 coins die ist schön telekinesis also warum nicht telekinesis warum nicht auf der spitze ich meine wir gehen gerade in der goldmine also bitte ich mache das vielleicht offline bisschen wir wollten ja die pickaxe finden hier irgendwo hier unten einscheinend sein soll hier ist auch Gold yeah wie viel bringt das? ziemlich viel sogar ok irgendwo down ganz tief unten ist irgendwo die hier, das könnte richtig sein Convino Recipe, ja geil, danke ah Iron Pig X Smolting Touch Automatismans broken ah ok cool cool Automatisches Schmelzen Reach Mining Level 5 ok es dauert noch ein bisschen was haben wir jetzt für Quests noch? nichts, nur noch Reach Mining Level 5 und Explosor und das ist das mit dem hier glaube ich dann ist das das letzte was wir brauchen also ich geh mal ein bisschen durch die Minion und holen ein bisschen Eisen und ja eigentlich kann die sich jetzt in wir pick okay wir könnten uns jetzt hier einfach hoch haben wir sehen aber hier sind keine Dias oder so ne ja ok ich mach das jetzt offscreen ein bisschen ja und ich werde dann auch gucken ob ich die den Grappling Hook da bekomme in einer halben Stunde deswegen bleibe ich noch so lange an und ja ich keine Ahnung was ich machen werde ich war nur auf jeden Fall so lange an bis ich die auction claim kann ähm ja und äh ich bedanke mich fürs zusehen letzte Folge für diese Aufnahmesession auf jeden Fall äh nächstes Wochenende geht's äh 828 ach ja das war's dann wohl der Traum vom Grappling Hook jetzt muss ich doch über 1000 bezahlen wahrscheinlich ja wie ich geh jetzt zurück jetzt auch schon alles versucht mal so ein Grappling Hook zu bekommen äh wenn nicht dann halt nicht und wenn doch ja dann halt wenn ich das in der nächsten Fall auf jeden Fall anbinden ja ähm auf jeden Fall bis zur nächsten Folge von Hypixel Skyblock Tschüss tschüss